Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokeraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und das hier ist mal wieder etwas Unfassbares, was in Minecraft mit Redstone gebaut worden ist. Was ihr hier seht, ist ein Labyrinth-Generator mit Redstone. Und das klingt vielleicht einfacher, als es am Ende ist, denn dieser Labyrinth-Generator kann dann tatsächlich ein funktionelles Labyrinth generieren, durch das man durchgehen muss. Und welche Bedingungen gibt es dafür? Nun schauen wir uns das Ganze mal erstmal in Ruhe an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 1072 gibt es von Maxi eingesendet den Redstone-Labyrinth-Generator. Time set nun und let's go. Da vorne habe ich gerade gesehen, gibt es ein Buch und eine Erklärung. Das ist alles so 100% Redstone. Wir sehen, das ist ein modulares System. Das heißt, es gibt hier einmal diese Zelle, die mehrfach nebeneinander ist. Und theoretisch sollen die was können. Also JoCraft und andere, wir, einfach nur Maxi und Milux MC, kennt man tatsächlich auch vom Namen her, oder kenne ich vom Namen her, hatten die Idee, zusammen mit Redstone einen Labyrinth-Generator zu bauen. Und nach etwa einer Woche Arbeit waren wir dann fertig. Wir empfehlen für diese Welt, den Carpet-Mod zu verwenden und dann den Befehl slash tickrate5 und eingeben, das zu generieren, zu beschleunigen. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht. Eingangstür öffnen. Ne, habe ich was falsch gemacht? Nein, nein. Achso, das ist wahrscheinlich wegen der Carpet-Mod. Ne, ne, okay. Wahrscheinlich müssen wir erstmal ein neues Labyrinth erstellen. Gut, dann würde ich sagen, ich drücke jetzt mal auf Labyrinth löschen. Ich will nichts kaputt machen. Ich drücke einfach mal auf neues Labyrinth erstellen. So, drücken. Neues Labyrinth erstellen. So, und ich glaube, dass das jetzt einen kleinen Moment dauern wird. Ah ja, perfekt. Wir sehen auch tatsächlich, hier passiert was. Was genau jetzt passieren muss, ist folgendes. Ich kann euch versuchen, das mal kurz zu erklären. Wir haben einen Startpunkt, der ist da vorne und wir haben ein Ziel, ein Labyrinth sollte immer ein Ziel haben. Irrgarten ist ja einfach nur Irrgarten, Labyrinth, der hat ein Ziel. Wunderbar. Wir sehen, hier ist das Ziel. Ah, ich verstehe. Die Lampen connecten. Also, das sind keine Dinger, sondern die Lampen connecten. Hier soll das Redstone-Ende ankommen. Was das Redstone jetzt gerade macht, oh, das ist sehr, sehr cool, man sieht das gerade. Es wird jetzt per Zufall ein Weg generiert und der Weg ist jetzt so aufgebaut, dass immer wenn der Weg wahrscheinlich einen Rand berührt, dann muss er quasi einen anderen Turn nehmen. Und das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass erstmal ein valider Weg erzeugt wird. Das heißt, noch bevor jetzt das Labyrinth in den Modus geht, dass ein Irrgarten entsteht, muss die Redstone-Technik sich jetzt erstmal einen Weg überlegen und das macht sie per Zufall. Das heißt, der Weg entscheidet immer per Zufall, ob er rechts oder links läuft. Das macht er jetzt so lange, bis er entweder in eine Sackgasse geht oder bis er das Ziel erreicht. So, wir schauen einfach mal oder ich lasse das mal hier ein bisschen im Hintergrund werkeln und wir können tatsächlich uns ein kleines Beispiel mal geben. Und zwar löse ich mal etwas auf, was schon viele, viele Leute mich gefragt haben. Und zwar, Joe, wie machst du eigentlich deine wunderschönen Desktop-Hintergründe? Und es gibt da tatsächlich eine App, die ich gedownloadet habe, die heißt Wallpaper Desktop Engine. Warum erzähle ich euch jetzt etwas davon? Na, ihr werdet gleich sehen, warum. Das hat seine Richtigkeit. So, mit der kann man sich am Desktop solche wunderschönen Dinger hier erstellen lassen. Das sieht immer sehr, sehr nett aus. Und das Schöne ist, es gibt hier wirklich super, super viele Sachen, die man sich downloaden kann. Und irgendwo hatte ich hier einen Labyrinth-Generator drauf. Das ist immer ganz faszinierend, das zu beobachten wie er funktioniert. Da, da ist es. Und das Ding generiert quasi hier am Schreibtisch-Hintergrund jetzt gerade ein Labyrinth. Und es funktioniert genau auf die gleiche Art und Weise. Erstmal wird versucht, der Startpunkt mit dem Ziel zu verbinden. Nachdem das der Fall ist, läuft das Labyrinth rückwärts und versucht dann quasi immer, den Weg weiterlaufen zu lassen. Und versucht immer wieder eine Sackgasse zu erreichen. Ihr seht quasi, alles, was jetzt hell ist, ist quasi abgetastert. Und das Ganze muss dann aber auch rückwärts laufen. Also ihr seht zum Beispiel, jetzt gerade ist hier das der Fall. Also hier ist dieses Labyrinth gerade in eine Sackgasse gekommen. Seht ihr das? Das Labyrinth hat jetzt in eine Sackgasse erreicht. Und was jetzt passiert, ist, dass die Technik jetzt ein Backtracing macht. Das heißt, die versucht jetzt eine zurück... Da, genau, hat sie geschafft. Also die Technik geht jetzt so lange zurück, bis die nächste mögliche Kreuzung entsteht. Und genau das Gleiche passiert quasi auch gerade hier unten auf meinem Desktop, wie ihr seht. Wir können auch mal Minecraft kurz... Oh, Minecraft lag gerade ein kleines bisschen, merke ich. Es ist gerade schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja, gucken wir mal, ob wir nochmal kurz in den gleichzeitig nach hinten gehen. Ja, und wir sind gerade, der Labyrinth ist gleich fertig. Und dieser Desktop-Hintergrund macht zwei Sachen. Einmal erstellt er ein Labyrinth und auf der anderen Seite versucht er, das Labyrinth zu lösen. So, Labyrinth ist jetzt gleich fertig. Drei, zwei, eins. Fertig und jetzt versucht er, das Labyrinth zu lösen. Das heißt quasi, jetzt versucht ein Algorithmus genau das Gleiche zu machen. Er versucht jetzt einfach mal, jeden Weg abzutasten. Wenn er ein Weg... Ah, er hat das Labyrinth gelöst. Fertig. Fertig. Gut. Beendet. Nächstes Labyrinth. Und letzten Endes passiert genau das Gleiche, gerade in Minecraft. Es gibt jetzt mehrere Varianten, wie so ein Labyrinth-Generator funktionieren kann. Zum Beispiel, was auch noch später wichtig ist. Wenn er jetzt den Weg gefunden hat, dann haben wir erstmal nur einen einzigen Weg. Und was der Labyrinth-Generator dann machen muss, ist, dass er sich immer eine Reihe anguckt. Das heißt, er schaut zum Beispiel, ob in einer Reihe bereits schon alle Wege belegt sind. Er würde jetzt in diese Reihe gucken und sagen, Moment, da sind einige Sachen noch nicht ganz richtig belegt. Zum Beispiel das hier, das hier oder das hier. Das müsste vielleicht noch nachbelegt werden. Und dann würde auch genau das Gleiche wieder passieren. Er würde deinen Stift hier ansetzen, zum Beispiel jetzt wahrscheinlich hier eine Linie zeichnen, die bis dahin geht. So. Und ich lasse den Kollegen jetzt mal einen kleinen Moment hier laufen. Und dann schauen wir mal gleich, was passiert. 15 Minuten Zeit sind vergangen und der Irrgarten ist fertig. Okay. Sehr schön. Wir sehen tatsächlich, dass der Algorithmus fast alles hier genutzt hat an Space. Aber tatsächlich einige Sachen gar nicht benutzt worden sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass tatsächlich jedes einzelne Feld irgendwie belegt wird. Aber zum Beispiel sehen wir hier noch leere Felder. Und trotzdem, wenn man sich das Ganze von oben mal genauer anguckt, da überall, wo die Lampen leuchten, ist jetzt ein Durchkommen. Und es ist tatsächlich ein ganzes Labyrinth daraus entstanden. Mit vielen Sackgassen und vor allem auch nur einem richtigen Lösungsweg. Jetzt bin ich natürlich mal umso mehr gespannt, wie es dann ist, dieses Labyrinth zu machen. Denn, wie gesagt, das Ding zeigt es ja nicht nur an, sondern wir können jetzt hier den Eingang öffnen. Oh mein Gott, ich habe es nicht geschaut. War das laut. Und los geht's. Jetzt sind wir drin im Labyrinth. Ist das cool gemacht. Jetzt haben sich ja überall jetzt die Türen... Achso, warte mal eben. Oh, der hat es deshalb geleckt, weil sich gerade alle Türen geöffnet haben. Ne, wollte gerade sagen. Hä, okay, wollte gerade sagen. Okay, Labyrinth ist erstellt. Alle Türen sind geöffnet. Und wir können jetzt quasi reingehen. Und wir können jetzt durch die Räume gehen. Und ab jetzt haben wir quasi ein wirklich funktionierendes Labyrinth. Dieses Labyrinth, was wir jetzt hier haben, wurde von Redstone generiert. Redstone hat es genannt. Ich glaube, er ist immer noch nicht mal fertig. Warte mal. Nein. Ich erzähle dir Schwachsinn. Er arbeitet noch. Er ist noch gar nicht fertig. Oh mein Gott. Guckt mal hier, Leute. Er war noch gar nicht fertig. Ich habe hier völligen... Also, witzig. Er war wirklich noch nicht fertig. Ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Seht ihr, dass hier gerade der letzte Weg generiert worden ist. Erst jetzt ist er wirklich fertig. Ach, du große Neun. Ich habe euch völligen Mumbits erzählt. Erst jetzt ist er fertig. Und es ist tatsächlich doch, dass jetzt jedes Feld belegt ist. Ich habe einfach nicht lang genug gewartet. Oha. Ah, und jetzt gerade, sagt er, ein neues Labyrinth wurde generiert. Okay, jetzt kam auch gerade die Nachricht im Chat. Das ist wahrscheinlich der einzige Command-Block, der hier irgendwo steht. Ist, ich denke mal, dieser Command-Block hier. Ja, ein neues Labyrinth wurde generiert. Das heißt, hier kommt Strom an, wenn das gesamte Labyrinth fertig generiert ist. Der Algorithmus ist fertig. Und jetzt können wir tatsächlich spielen. Ist das Wahnsinn. Also, ich bin sehr, sehr beeindruckt. So, und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt könnt ihr hier herumlaufen und dieses Labyrinth machen. Redstone hat einfach gerade ein Labyrinth generiert. Und das Labyrinth funktioniert. Aktuell ist es noch in ihr Garten. So, erst mal okay. Und ab jetzt wird es schon lustig. Ab jetzt kommen wir schon in die ersten Abzweigungen. Und ich habe ehrlich gesagt gerade schon jetzt den Überblick verloren. Wo genau geht es hin? Wo ist der richtige Weg? Das scheint der richtige Weg zu sein. Daraus kann man Events machen, Spiele machen. Ihr könnt ja hier auch verschiedene Kammern bauen, in denen mal Sachen und Secrets zu finden sind. Denn tendenziell ist ja alles mit allem verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Kammer habe, dann kann ich diese Kammer auch erreichen. So, es ist ja nicht nur, dass ich das Ziel erreiche. Es ist ja egal, wo das Ziel ist. Das Ziel ist ja aktuell, glaube ich, hier oben in der Ecke irgendwo. Ich habe komplett den Überblick verloren. Da oben in der Ecke ist das Ziel. Da ist es ja. Und das System erreicht es ja. Wir sehen zum Beispiel hier auch nochmal die Funktionsweise des ganzen Schatzis. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo genau muss gedrückt werden zum Reset und wo genau muss gedrückt werden zum Starten. Da. Okay, da muss gedrückt werden zum Starten. Es muss ein kurzes Minisignal sein, was da reingeht. Okay, jetzt können wir genau den gleichen Spaß hier mal machen. Hier wurde noch gar kein Labyrinth generiert. Das heißt, wir können jetzt hier bei grün. Grün ist ja die Startleitung. Können wir mal ganz kurz Folgendes machen. Das ist ja gar nicht angeschlossen. Ah doch, hat so ein richtig Glück, glaube ich, oder? Wir setzen mal einen Observer hier hin und starten den Aufbauprozess hier. So. Ab jetzt generiert der hier genau das gleiche. Also er generiert jetzt hier wahrscheinlich auch. Versucht jetzt hier einen Weg zu generieren, oder? Ich glaube, die Zelle ist nicht richtig resettet. Ich gehe mal besser in die Technik dran. Aber was wir jetzt theoretisch machen können, ist auf Labyrinth löschen zu drücken. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Oh, das Löschen geht natürlich schnell. Sehr, sehr schnell geht das. Reset fertig. Boom. Alles wird gelöscht. Und dadurch müssten sich jetzt auch alle Türen geschlossen haben im Innern, ne? Ja, das funktioniert. So. Und wenn wir jetzt auf Start drücken, neues Labyrinth. Let's go. Dann sollte jetzt auch der Kollege wieder, genau, entscheidet per Zufall, welchen Weg er öffnet. Wir können jetzt rein oder raus gehen. Wir können ja quasi jetzt in mit der Technik mitlaufen. Hä, ist eigentlich auch cool. Wir laufen jetzt gerade quasi, während die Technik ein Labyrinth generiert mit. Und irgendwann wird die Technik aufhören, Wege von zu machen, wenn wir halt in eine Sackgasse reinlaufen. Aber ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie gut das funktioniert. Ich habe mich ein bisschen mal in Labyrinth-Technik ja reingearbeitet mit Redstone. Und ich habe Leute gesehen, die das über einen Algorithmus machen, der zum Beispiel die ganze Reihen überprüft. Aber dieser Algorithmus funktioniert anders. Also die Technik, wie er das Labyrinth generiert, funktioniert anders. Und zwar ist es ein Backtracing. Das heißt, immer wenn ein Ziel erreicht worden ist, geht er so lange zurück, bis er einen Punkt findet, wo der kein Nachbar hat. Also quasi jede Zelle hat ja einen Nachbar. Und das Ding guckt quasi, zum Beispiel, angenommen, wir sind jetzt bei dieser Zelle hier. So, und die Zelle guckt jetzt, ob der Nachbar schon belegt ist, ob der Nachbar belegt ist, ob der Nachbar belegt ist. So, und solange die Nachbarn nicht belegt sind, erstellt er per Zufall eine Verbindung zu diesem Nachbar. So, und Sinn und Zweck ist ja natürlich, dass irgendwann das Ding jetzt in eine Falle reinläuft. Das heißt, so reinläuft, dass es keinen weiteren Nachbarn mehr findet. Und wenn das der Fall ist, muss die Technik halt Backtracing machen. Das heißt, die muss den Weg so lange zurückgehen und immer wieder diesen Test ausführen. Ey, gibt es einen Nachbar, der noch nicht belegt worden ist, bis halt das gesamte Ding voll ist. Das heißt, tendenziell startet die Technik hier und läuft das ganze Labyrinth ab und läuft am Ende wieder zurück und kommt auch am Ende wieder da an. Und deshalb haben wir auch den Command, der uns sagt, dass das Labyrinth generiert worden ist, direkt hier am Anfang. Das heißt, am Anfang startet das Ganze und am Anfang hier unten kommt auch am Ende das Signal wieder zurück. Und dieses Signal, was hier zurückkommt, sagt dann, jo, ich bin fertig, hat geklappt, Labyrinth steht. Und dass das hier in Minecraft, in Minecraft so gut umgesetzt worden ist. Okay, Leute, hier kann man jetzt gerade richtig sehen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Denn der Algorithmus ist jetzt gerade dabei, hier sich in eine Falle reinzubauen. Das heißt, einen Punkt, wo er nicht mehr weiterkommt. Und was jetzt passiert ist, er hat jetzt die Falle erreicht und jetzt wird er zurücktracen und wird wahrscheinlich... Ah, nee, er kann hier noch weitergehen. Ja, klar, er geht noch weiter. Logisch. So, aber jetzt gleich hier. Genau, er geht jetzt nach unten und jetzt hat er eine Falle erreicht. Jetzt geht er zurück und jetzt müsste er hier eine Linie ziehen, an dieser Stelle. Ja, und jetzt zieht er hier eine Linie. So, perfekt. Jetzt hat er wieder eine Falle erreicht und jetzt geht er zurück hierhin, zurück dahin, zurück dahin, 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 dahin. Das heißt, er wird jetzt diesen ganzen Weg zurückgehen, so lange, bis er hier oben ankommt. Das heißt, ich würde jetzt eine Wette darauf abschließen, dass als nächstes dieser Weg hier aktiviert wird. Das heißt, er versucht jetzt so lange, den Weg so lange zurückzufolgen, bis er eine Zelle findet, die noch einen Nachbarn hat, der nicht benutzt ist. Und hier ist ein Nachbar, der aktuell noch nicht benutzt ist. Das heißt, der Algorithmus geht nun zurück. Das macht er halt langsam. Der kann er nicht schnell machen. Das muss er wirklich Schritt für Schritt machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch gerade irgendwo hier. Das kann sein, dass er jetzt gerade hier hingegangen ist. Dann könnte es sein, dass er jetzt hier hingegangen ist. Und dann hier. Die Technik ist relativ slow, aber das ist auch wichtig. Also die Technik darf da. Und da ist es. Siehst du? Genau das, was ich euch gesagt habe, ist passiert. Und jetzt ist er hier hingegangen. Und jetzt ist wieder Zufall. Per Zufall entweder rechts oder links. Er hat sich da entschieden. Hier gibt es nur einen Weg. Der hier. Und jetzt ist wieder Zufall, ob er rechts oder links geht. Das ist jetzt ein Zufall. Und jetzt muss er nach oben gehen. Genau, jetzt kann er rechts, links. Er geht geradeaus. Also rechts wäre es gewesen. So, und so funktioniert das jetzt. Und das macht er, wie gesagt, so lange, bis das gesamte Feld belegt ist. Hier sieht man es nochmal richtig, richtig gut. Und vor allem bei Nacht. Also, es ist eine unglaublich geile Einsendung. Und es, ey, das hat super viel Spaß gemacht, die hier in Minecraft vorzustellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.